Wir haben den 19.09.2016. Es ist 2 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal BurnertTV hat 124 Abonnenten und 17.300 Klicks. Bewohner von YouTube, mein Volk, der Tag ist gekommen, von dem ich euch schon immer erzählt habe. Heute haben sich 100 Bewohner meines Volkes dazu entschlossen, mir ewige Treue und Gefolgschaft zu schwören, in Form eines Abonnements meines YouTube-Kanales. Diese Tatsache macht mich nun endgültig zum rechtmäßigen König von YouTube. Sollte irgendeiner von euch etwas dagegen haben, so möge er bitte jetzt sprechen oder für immer schweigen. Niemand? Niemand? Nun gut. So möge es sein. Hiermit habt ihr mein Volk mich zum rechtmäßigen König von YouTube ernannt. Die Zeremonie möge beginnen. Zeremonie 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 Zeremoni Musik Bewohner von YouTube, da ich nun rechtmäßiger König von YouTube bin, beginnt ab heute eine neue Zeitrechnung. Der andere Typ hat ausgesorgt und ab heute schreiben wir Bewohner von YouTube, mein Volk, das Jahr oder besser gesagt den Tag 42 nach Burnertv. Geht ins Land und verbreitet diese Kunde, damit die gefälligst diese Kalender da ändern oder diese Scheiße die da haben, ja. Und lebt mit mir ein neues, gutes Leben. Ich werde ein guter König sein. Hart, aber unfair. Aber jeden von euch gut behandeln. Gut. Und nun, Bewohner von YouTube, lasst uns feiern. Ja. Tanzt, wie ihr noch nie getanzt habt, um den neuen König von YouTube zu ehren. Genug. Der König ist müde und wird nun zu Bette gehen. Dina, traget mich zu Bette. Die König ist müde und wird nun zu Getteteln. Schof, 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 Schof. Cambodia 害